Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Bei uns auf Schalke ist ja aktuell immer wieder einiges los und heute gibt es sehr, sehr viele Themen zu besprechen. Wir haben nämlich gestern unseren sechsten Neuzugang fix gemacht mit Aris Bayindir. Natürlich gucken wir nochmal ganz ausführlich auf diesen Deal und auch erst recht, wie teuer denn tatsächlich unser nächster Neuzugang so sein wird. Und dann sollte ja eigentlich Thiago Ferreira der direkt nächste Neuzugang werden, aber der Deal ist gestern überraschend geplatzt. Auch da gucken wir nochmal auf die Hintergründe. Neugerüchte gibt es aber auch zu Keke Top. Der Wechsel könnte tatsächlich schon heute offiziell gemacht werden. Und dann hat auch unsere U23 gestern mit dem Training losgelegt. Das ist besonders interessant, bedingt durch Armin Younes, denn der war auch mit dabei und soll wohl möglich sogar für uns in der 2. Liga zum Stammspieler werden. Auf der anderen Seite gibt es aber auch diesbezüglich Updates zu Luka Podlech und Tristan Osmani, die ja beide auch einen Profivertrag bekommen haben. Somit seht ihr also schon, wir haben super viele Themen mit dabei. Wir gehen rein in die aktuellen S04 News. Starten wir erstmal mit dem, was gestern offiziell gemacht worden ist und das ist unser nächster Neuzugang mit Aris Bayindir, denn der spielt eben künftig für Schalke 04. Schalke selber hat es folgendermaßen formuliert. Ein technisch, wer seht, das Talent verstärkt das Mittelfeld. Schalke hat am Dienstag Aris Bayindir von Ebbe Leipzig langfristig unter Vertrag genommen. Langfristig heißt natürlich erstmal länger als sicherlich ein oder zwei Jahre. Laut Sky beträgt die Vertragslänge direkt nochmal satte vier Jahre bis 2028. Und vor allem Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung war sehr zufrieden darüber, diesen Deal jetzt auch fix gemacht haben zu können. Aris ist mit beiden Füßen sehr stark am Ball und verfügt über eine hohe Spielintelligenz. Diese Eigenschaften machen ihn zu einem flexibel einsetzbaren Mittelfeldspieler. Mit seinen 17 Jahren möchten wir ihm auf Schalke in den kommenden Jahren die Möglichkeit geben, im Profifußball seine Qualitäten zu zeigen und sich weiterzuentwickeln. Und Bayindir selber, der ist auf jeden Fall voller Vorfreude über seinen Wechsel jetzt in die zweite Bundesliga. Die Schalker Verantwortlichen haben in den Gesprächen einen klaren Weg für die kommenden Jahre aufgezeigt. Ich freue mich auf diese Herausforderung und möchte zeigen, wie ich diesem Klub weiterhelfen kann. Bayindir ist übrigens in Luxemburg geboren, durchlief dann nach seinem Umzug nach Berlin die Jugenderteilungen von Hertha BSC und ist 2022 in die Jugend von RB Leipzig gewechselt. Dort hat er sich vor allem auch jetzt in der abgelaufenen U19-Bundessiegalsaison wirklich in den Fokus gespielt. Er kam dort als Mittelfeldspieler in 22 Spielen zu sechs Toren und fünf Vorlagen. Besonders spannend ist bei Aris Bayindir seine Flexibilität, denn als nahezu beidfüßiger Spieler, aber vor allem auch primär als Linksbuß hat er sowohl auf der linken Seite alles gespielt, von der Offensive bis hin zur Defensive, aber eben auch im Zentralmittelfeld und bietet somit, finde ich, ein super interessantes Gesamtpaket. Und wir reden hier über einen 17-jährigen Spieler, der auch jetzt schon für die Profis eingeplant sein soll und sicherlich Potenzial für mehr mitbringt. Und das, finde ich, ist auf jeden Fall super interessant. Anfang Juni schien der Deal bereits offiziell zu sein oder zumindest mal sehr fix zu sein. Dann gab es ja die Meldung, okay, jetzt ist erstmal Aris Bayindir im Urlaub, aber grundsätzlich sind nicht alle Beteiligten einig und jetzt ist die ganze Geschichte eben offiziell geworden. Gestern war ein Medizincheck angesetzt, es folgte ihm dann die Unterschrift und sein Vertrag läuft laut Sky bis 2028. Und die Ablösemodalitäten, die natürlich jetzt nicht offiziell beschrieben worden sind von Schalke oder Leipzig, die bleiben eben auch, so wie Anfang Juni berichtet. Schalke zahlt laut Sky einen niedrigen sechsstelligen Betrag, was dann wirklich im Verhältnis zu dem ist, was Bayindir mitbringt und welches Potenzial man in ihm sieht. Wirklich ein geringer Preis ist, aber auch natürlich dann verbunden mit Bonuszahlungen, mit Weiterverkaufsbeteiligungen. Aber jetzt in dem Moment, finde ich, ist das finanziell erstmal ein super Deal, den dort Schalke eingefädelt hat. Und wir bekommen, wie gesagt, dort einen super flexiblen Spieler, der eine individuelle Qualität im Passspiel, in der technischen Variante mitbringt, die uns sicherlich schon jetzt weiterhelfen kann. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Schalke auch genau jetzt solche Spieler zu sich holt, dass man eben auch solche Spieler für sich gewinnen kann. Und ich bin mir sicher, dass Aris Bayindi auch tatsächlich eine gute Rolle spielen kann. Ist einfach nur ein Gefühl von mir. Ich selber habe ihn bislang noch nicht spielen sehen. Da geht es sicherlich vielen von uns so. Aber es wird auch im Laufe des Tages nochmal auf Schalke Inside Clips eine ausführlichere Analyse zu Aris Bayindi geben. Eben dann mit der Frage, wie gut ist denn eigentlich Aris Bayindi? Aber jetzt erstmal von mir ein gutes Gefühl auf jeden Fall mit dabei. Und der Transfer ist eben seit gestern auch offiziell. Und ein Transfer hätte im Zuge dessen vielleicht auch direkt offiziell gemacht werden können. Denn Thiago Ferreira war ja bereits gestern oder vorgestern in Gelsenkirchen vor Ort und sollte eigentlich einen Vertrag bei Schalke unterschreiben. Das Gerücht ist ja am Montag aufgeploppt. Wir hatten dort schon darüber berichtet und dann auch gestern nochmal die ganzen Updates mit reingeholt von den deutschen Medien. Und das sah ja schon wirklich sehr, sehr stark nach einem Transfer von Thiago Ferreira aus. Der Kapitän von Sporting Lissabon B, also von der zweiten Mannschaft, wollte gerne zu Schalke wechseln. Schalke wollte ihn auch gerne haben zwischen Spieler und Verein. Gab es auch schon eine erzielte Einigung. Aber das Problem waren dann doch nochmal Nachverhandlungen sozusagen von Sporting Lissabon mit Schalke. Denn Thiago Ferreira war tatsächlich in Gelsenkirchen vor Ort, aber der Deal ist trotzdem geplatzt. Denn es konnte dann doch keine Einigung zwischen Schalke und Sporting Lissabon erzielt werden. Damit ist der Deal vorerst auf Eis gelegt. Sky hat ja auch schon mal zuvor beschrieben, dass Schalke schon längere Zeit hinter Thiago Ferreira her war und der Deal schon mal vor ein paar Wochen relativ konkret war, dann wieder nicht und dann jetzt schon wieder. Und deswegen glaube ich, könnte es aber jetzt tatsächlich so sein, dass der Deal auch endgültig geplatzt ist. Weil eben vielleicht auch Schalke gemerkt hat, okay, mit Sporting Lissabon können wir uns dort einfach nicht einigen. Denn die Vorstellungen von Sporting haben am Ende eben nicht zu den finanziellen Vorgaben gepasst, die sich Schalke und eben auch als Recht Ben Manga gesetzt haben. Manche andere hatten jetzt berichtet, dass vielleicht sogar Sporting auf einmal dann doch nochmal mehr Geld verlangt hat oder eine Weiterverkaufsbeteiligung von 50% haben wollte. Das sind jetzt so ein paar Dinge, die ich gelesen habe, ob die jetzt wirklich stimmen oder ob das vielleicht portugiesische Medien berichtet haben, kann ich jetzt gerade nicht einschätzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass eben die finanziellen Vorgaben laut Sky nicht gepasst haben von Schalke im Gesamtpaket eben dann mit Sporting Lissabon. Und somit gibt es hier also eine klare Absage. Thiago Ferreira kehrt jetzt erstmal zurück nach Portugal. Aber wie gesagt, ich glaube persönlich nicht daran, dass dieser Deal nochmal über die Bühne gehen wird. Auch die Watz hat nochmal bestätigt, dass die Verhandlungen vorerst auf Eis gelegt sind. Denn ganz interessant ist eben auch, und das finde ich wiederum auch dann gut an dieser ganzen Geschichte, Schalke ist tatsächlich vorbereitet. Also das ist etwas ungewohnt aus Schalke Sicht, dass unsere Verantwortlichen auf ein solches Szenario vorbereitet sind. Denn für diese Absage hat man dann eben auch sich vorbereiten können. Und noch ein Plan B auf dieser Position. Das wird man natürlich auch dann sicherlich auf jeder Position auch so haben. Zwei, drei Spieler, die man eben dann im Visier hat, wovon eben im besten Falle einer kommt. Aber wenn eben der nicht funktioniert, kommt eben dann der andere. Und das ist eben auch dann hier bei Thiago Ferreira der Fall. Also wir können uns darauf einstellen, dass Schalke auf dieser Position ein Flügelspieler, vielleicht doch eher Halbraumzehner nochmal nachlegen wird mit einem jungen Talent. Es sieht aber stark danach aus, dass Thiago Ferreira es nicht sein wird. Und einer, der es auch nicht sein wird, in unserer Offensive für Ferro zu sorgen, ist Keke Top. Denn dort gibt es jetzt auf jeden Fall eine womöglich endgültige Einigung und vielleicht auch heute eine endgültige Meldung über einen Wechsel zu Werder Bremen. Auch über das Thema hatten wir hier auf Schalke Insight die letzten Tage auch schon ausführlich gesprochen. Und wir wissen alle, der Deal ist nahezu fix. Und genau das Update gab es auch gestern nochmal von Sky. Denn Sky hat klar gemacht, Keke Top wechselt zu Werder Bremen. Es sind nur noch wirklich die allerletzten Details, die in Klärung sind. Keke Top ist bereits gestern in Bremen vor Ort gewesen. Und deswegen sieht die ganze Geschichte jetzt aus Werder Sicht sehr, sehr gut aus, dass es eben auch dann tatsächlich funktionieren wird. Ich finde es natürlich immer noch bitter. Und das habe ich jedes Mal gesagt, dass wir unseren 20-jährigen Stürmer verlieren, der für mich auf jeden Fall ein Sinnbild von unserem Neuanfang gewesen wäre. Aber ich habe auch immer wieder betont, wenn eben Keke Top auf gar keinen Fall bleiben will, dann macht es keinen Sinn, mit ihm mit Sätze Vertragsher zu gehen, möglicherweise auf ihn komplett zu bauen und dann ablösefrei zu verlieren. Macht für mich keinen Sinn. Und deswegen finde ich es gut, dass eben dann auch Schalke sich nicht komplett querstellt, weil natürlich auch bei Keke Top mehr Gründe mit einspielen als jetzt nur ein besserer Vertrag oder die Bundesliga, sondern eben auch der familiäre Hintergrund. Und dann finde ich, ist das auf jeden Fall alles okay. Was mich trotzdem dann immer noch so ein bisschen ärgert, ist die Ablöse, die all in all laut Sky bei zwei bis zweieinhalb Millionen Euro liegen soll. Ich finde schon, auch wenn sein Vertrag nur noch ein weiteres erläuft, dass es ein Ticken wenig ist für das, was eben Keke Top sicherlich auch langfristig zeigen kann. Aber gut, man muss es eben dann akzeptieren. Ich finde immer ganz interessant, dann den Blick vielleicht auch mal andersrum zu richten. Was würden wir denn aus Schalkersicht sagen, wenn wir einen 20-jährigen Stürmer holen aus der Liga drunter sozusagen, der nur noch ein Jahr Vertrag hat? Wahrscheinlich würde man dann sagen, ja, das ist ein fairer Preis. Jetzt eben aus Verkaufssicht, will man natürlich dann andersrum argumentieren, ist schon noch ein bisschen mehr drin. Aber es ist eben jetzt so, und wenn jetzt auch bei diesen letzten Details nichts passiert, dann wird eben der Deal auch am heutigen Mittwoch finalisiert, plus eben auch dann inklusive des Medizin-Checks. Das heißt, wenn eben heute nichts mehr schief geht, dann wird der Wechsel von Keke Top auch noch bekannt gegeben. Und somit steht er dann tatsächlich kurz seinem Transfer zu Werder Bremen. Umso wichtiger ist es aber auch, sich damit auf die Spieler zu konzentrieren, die Lust auf Schalke haben, die gerne mit dabei sind beim Neustart in diesem Sommer. Und dort ist ja auch ein sehr spannender Blick in unsere U23, in unsere U19, was eben dann diese ganzen Talente betrifft, die einen Profi-Vertrag bekommen haben. Und gestern ist unsere U23 bereits in die Vorbereitung gestartet. Und dort gab es schon ein paar interessante Hinweise, mit wem vielleicht auch Schalke dann erstmal klar im Profibereich plant und wer vielleicht auch noch einen Ticken eher hinten dran ist. Auf jeden Fall war es nämlich so, dass beim U23-Start Armin Younes mit dabei war. Über den sprechen wir gleich nochmal etwas genauer. Pierre-Michel Lasocker zum Beispiel hat die erste Ein- und Aufgrund von Knieproblemen verpasst. Und aus der U19 wurden zum Beispiel Buskowski und Hatza hochgezogen. Und auch Luka Podlech hat zum Trainingskader der U23 gestern gehört. Und auch mit dabei war Tristan Osmani. Das heißt, zwei Talente mit Luka Podlech und Tristan Osmani waren bei der U23 mit dabei. Obwohl sie ja eigentlich für die Profis eingeplant sind. Ganz interessant ist, dass auf jeden Fall die Wats auch hier nochmal bestätigt hat. Ja, Luka Podlech ist auch bei den Profis eingeplant. Nummer dann als Nummer 3. Er soll auch bei den Profis trainieren. Aber in seinem ersten Seniorenjahr auch regelmäßig in der U23 zum Einsatz kommen. Also ähnlich, wie man es eben auch zum Beispiel vor ein bis zwei Jahren bei Justin Hegeren gemacht hat. Und ich finde, dass das auch durchaus logisch ist. Denn Luka Podlech braucht Spielpraxis. Und die bekommt man natürlich nicht, wenn er in der zweiten Bundesliga immer nur auf der Bank sitzt. Ich hoffe schon, dass wenn zum Beispiel sich Ron Tom oftmal mal verletzt oder gesperrt ist, dass man dann eher mal Podlech reinschmeißt als Michi Langer. Aber es ist auch durchaus logisch, Podlech erstmal die Bühne sozusagen U23 zu geben. Ihm dort die regelmäßige Spielpraxis eben auch zu gewähren. Weil ansonsten jetzt nur Nummer 3 zu sein und im Profitraining mitzumachen und sonst irgendwie weder in der U23 zu spielen noch im Profibereich auf der Bank zu sitzen, macht für mich einfach keinen Sinn. Deswegen auf jeden Fall durchaus logisch. Und genau deswegen war ihm auch Luka Podlech bei der U23 mit dabei. Und Tristan Osmani ist ja auch einer von mehreren Spielern, die bei uns einen Profivertrag unterzeichnet haben. Der ist aber laut der WAZ wirklich vorerst ganz klar für die U23 eingeplant. Und wir hatten ja auch immer wieder hier betont, als diese ganzen Profiverträge unterschrieben worden sind, dass das auch nicht heißt, dass jeder jetzt im Profibereich direkt eine gute Rolle spielt oder vielleicht einen Bankplatz bekommt oder erstmal zum Kader gehört. Es kann auch genauso gut sein, dass man ein oder zwei Spieler von denen noch verleihen wird, dass man vielleicht aber auch ein paar Spieler von denen ganz nach für die U23 einplant. Und bei Tristan Osmani ist das eben auch erstmal der Plan. Er ist ja ein kreativer offensiver Mittelfeldspieler, der in der abgelaufenen U19-Saison vier Tore erzielt hat und drei vorbereiten konnte in 19 Spielen. Hat eine gute Serie gespielt, aber auch dort finde ich es durchaus gut, wenn man jetzt erstmal ihm in der U23 den nächsten Schritt geben wird und zutrauen will. Aber auch das schließt logischerweise auch nicht aus, dass wir ihn auch vielleicht zukünftig relativ schnell bei den Profis sehen. Ich finde es erstmal gut, dass man eben dann den Talenten Profiverträgen gibt und man glaubt, okay, das kann auf jeden Fall in Zukunft was werden. Und das heißt eben nicht, dass sie ab Tag 1 in der Startelf stehen in der 2. Bundesliga. Das ist eben dann bei jedem Spieler sicherlich auch verschieden. Und auf der anderen Seite kann das aber sicherlich auch bedeuten, die anderen Spieler, die ihm einen Profivertrag bekommen haben, beispielsweise Thailand Budo, Emmanuel Jampfi, Max Krüger, Vitali Becker oder eben dann auch noch, wenn aber noch, da fehlt glaube ich noch einer, werden dann Niklas Bartel, werden dann sicherlich erstmal mit Profi-Auftakt ganz klar mit dabei sein und dann wird eben erstmal geschaut, ob sie dann eher zu U23 gehen oder vielleicht dann noch verliehen werden. Ist auf jeden Fall ganz spannend zu sehen, bin ich durch den Trainingsauftakt gestern bei der U23, bei dem übrigens auch nicht Dominik Drechsler und Timo Baumgartel dabei waren. Also auch das wird ja auf der anderen Seite dann nochmal ein spannendes Szenario, Absatz unserer Talente, was denn eben dann mit den Spielern passiert, die keine Rolle mehr spielen, wie eben Drechsler und Baumgartel, aber natürlich auch dann Spieler wie Fährmann, Matricciani, Tempelmann. Auch dort wurde diskutiert, ob sie möglicherweise zu U23 müssen. Erst einmal war von denjenigen auf jeden Fall keiner mit dabei. Aber ein erfahrener Spieler aus unserer Profimannschaft war gestern bei der U23 mit dabei und das ist Armin Younes. Denn am kommenden Montag ist der Trainingsstart bei den Profis, aber Armin Younes will es tatsächlich wirklich allen nochmal zeigen und weil er eben zuvor ein Jahr vereinslos war, reichte es eben nicht, sich in den letzten Wochen nur bei der U23 fit zu halten. Armin Younes legte deswegen auch schon bereits am gestrigen Dienstag los, sprich eine gute Woche vorher freiwillig in der U23, eben auch um nochmal die letzten überflüssigen Kilos runter zu bekommen, aber auch generell um topfit zu werden für den Profibereich. Denn es war durchaus interessant, Armin Younes gestern zu sehen. Das Bild, was ihr hier auch blau unterfärbt seht, war auch aktuell von gestern. Da hat er unter anderem auch am linken Unterarm eine Manschette getragen, weil er sich einen Mittelhandbruch zugezogen hat. Aber Younes hat das relativ locker wegmoderiert gegenüber der Bild-Zeitung mit Das stört mich nicht, warum auch, ich spiele doch Fußball. Und weil er eben jetzt auch überzeugen will, hat er auch in der Sommervorbreitung nochmal Extraschichten eingelegt, oder besser gesagt in der Sommerpause. Interessant war, dass gestern laut der Bild-Zeitung beim Training ihm auch unsere Verantwortlichen zugeschaut haben, unter anderem Sportdirektor Mark Wilmots von der Geschäftsstelle und auch Kaderplaner Ben Manga direkt an der Seitenlinie. Und beide, Manga und Younes, haben sich auch vorm Training nochmal umarmt. Und das liegt eben vor allem auch daran, dass Younes und Manga eine sehr besondere Beziehung hatten. Denn es ist eben so, dass die Verpflichtung von Armin Younes für die Profis indirekt auch von langer Hand geplant war. Denn bereits der Einstieg ins Training in der U23 beim April erfolgte tatsächlich auf Wunsch von Ben Manga. So berichtet auf jeden Fall die Bild-Zeitung. Denn Manga und Younes kennen sich eben aus Frankfurter Zeiten. Und Manga hat eben auch dann Younes klargemacht, wenn du arbeitest an dir, wenn du Leistung zeigst, dann bekommst du im Sommer einen Profivertrag und wirst im besten Falle der beste Spieler der zweiten Liga. Also das war wohl tatsächlich die Aussage von Ben Manga, der komplett an Armin Younes glaubt. Und interessant ist auch hier nochmal den Vertrag, den Younes unterschrieben hat mit zwei Jahreslänge bis 2026. Der ist sehr stark leistungsbezogen, was ich dann auf jeden Fall auch sehr, sehr gut finde. Also sollte Younes in der kommenden Saison wenig spielen und auch sich nicht durchsetzen können, dann gehört er zu den Kleinverdienern im Kader. Durch seine Einsätze, durch gute Leistungen wird er seinen Gehalt aber auch dann erhöhen. Das heißt, Schalke hat hier natürlich auch nahezu kein finanzielles Risiko. Und um eben auch dann nächste Woche noch fitter zu sein, noch frischer zu sein beim Profi-Auftakt, hat sich Younes auch extra in der Sommerpause etwas quälen lassen von dem Athletiktrainer der U23. Das ist Markus Zettelmeißel, der zuvor auch schon mal Athletiktrainer war von Felix Magath, also auch durchaus weiß, wie hartes Training funktioniert. Es gab wohl ein privates Bootcamp in Belgien und da ging es vor allem um Ausdauer, Kraft, Reaktionsschnelligkeit und Gewichtsabnahme. Seit April hat Armin Younes auf der Bild-Zeitung auch schon vier Kilos verloren. Also man sieht auf jeden Fall, Younes hat Bock auf Schalke, Younes hat Bock, diese Chance auch zu nutzen. Und das ist, finde ich, auch genau die richtige Einstellung, um auch dann im besten Falle im Profibereich helfen zu können. Und somit haben wir also alle aktuellen News erstmal abgehakt. Ihr seht, es war sehr viel los in den vergangenen Stunden auf Schalke und es wird vielleicht auch in den kommenden Tagen genauso weitergehen. Keke Top könnte wie angerissen heute offiziell werden. Statt Thiago Ferreira soll wer anders für die Offensive kommen. Aber mich interessiert vor allem auch jetzt mal eure Meinung zu Aris Bajindir. Glaubt ihr daran, dass es ein guter Transfer werden kann? Wie gesagt, dazu gibt es auch jetzt nochmal auf Schalke Inside Clips eine ausführlichere Analyse zu unserem Neuzugang und dann sehen wir uns auch hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!